Yo, meine Freunde, und hier ist der Moderator! Nee, nee, heute nicht, Digga. Bei dem Thema habe ich da wirklich überhaupt keine Lust drauf. Ja, ihr könnt es schon am Titel erkennen. Heute geht es einfach mal so grundsätzlich um meine Meinung, was so schwarzen Humor angeht, aber jetzt nicht über den Humor an sich, sondern eher darüber, wie die Gesellschaft das wahrnimmt, was mich in letzter Zeit wirklich einfach nur noch nervt. Das Ding ist, dass ich ja... Ihr kennt mich. Ich bin jemand, der wirklich einen sehr schwarzen Humor hat. Früher habe ich es ein bisschen damit übertrieben und habe teilweise auch einfach nur diskriminierende oder rassistische Sachen gedroppt und habe gesagt, hä, so ein schwarzer Humor, alles gut, wo ist denn das Problem jetzt? Aber abgesehen davon bin ich eigentlich jemand, der den schwarzen Humor wirklich sehr feiert. Deswegen sind auch meine Lieblingscomedians diejenigen, die diesen Humor benutzen. Und zwar... Okay, zugegeben, ich gucke jetzt keine Comedy, Leute. Was mir aber in den letzten Jahren extrem aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass während man vor vielleicht 10 Jahren wirklich über alles gelacht hat, egal über wie viele Grenzen man geschritten ist, wird heute auch nur beim kleinsten Witz direkt irgendwie die Cancel Culture rausgeholt. Leute sollen ihre Grundlage verlieren, sollen gesperrt werden und dürfen nie wieder im Internet irgendwas posten, damit das klar ist. Deswegen möchte ich euch mal so ein bisschen zurücknehmen in eine Zeitreise, als ich angefangen habe, solche Inhalte auf Facebook damals noch zu veröffentlichen und ich euch dann meine Meinung sage, wie das halt heute so ist und was mich daran halt einfach so stört. Wie wahrscheinlich keiner mehr von euch weiß, war ich zwischen 2011 und ich glaube 2012 war das Admin der Facebook-Seite, unser Humor ist so schwarz, er könnte Baumwolle pflücken. Ja, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger Name auf jeden Fall. Ich habe mich da mit einem Kollegen zusammengetan, weil wir halt gemerkt haben, dass wir diesen Humor einfach mega feiern. Zu dieser Zeit gab es auch erst ein, zwei andere Facebook-Seiten, die das gemacht haben und auch die haben sehr coole und lustige Sachen gepostet, weswegen wir uns gedacht haben, na bro, das können wir doch auch. Am Anfang gab es damit auch gar keine Probleme und wir haben teilweise wirklich super krankes Zeug gepostet. Einer unserer anderen Admins hat halt Realtalk, das ist kein Spaß, mal ein Foto gepostet, wo ein Mann von einem Holzbrett durchlöchert worden ist am Kopf und das Holzbrett hatte so ein lustiges Smiley drauf gemalt. Und das war für Facebook okay, das muss man sich mal überlegen. Also das war, also egal ob man schwarzen Humor feiert oder nicht, also das ist krank, Digga. Das ist wirklich krank. Auf jeden Fall war es zu der Zeit eigentlich egal, was man gepostet hat. Natürlich haben auch wir Hate bekommen, wenn wir beispielsweise jetzt mal Witze über den Islam oder sowas gepostet haben, dann haben sich da halt die Leute, die den islamischen Glauben haben, uns halt kritisiert. Wenn wir etwas über das Christentum gepostet haben, dann gab es halt auch Christen, die uns kritisiert haben. Aber es war jetzt nie so, dass Leute uns irgendwie canceln wollten oder sowas. Das Ganze ging dann so weiter, dass wir damit wirklich eine große Reichweite aufgebaut haben. Auch generell andere Seiten haben das geschafft, die genau das gleiche gepostet haben. Zu unserem Hype hatten wir dann irgendwie so um die 100.000 Follower. Ich glaube, die größte schwarze Humor-Facebook-Seite, die es gegeben hat, hatte so 120.000, 150.000. Glaube ich zumindest. Ich bin mir da selber gar nicht mehr so sicher. Das Ganze ging dann so weiter, dass es langsam angefangen hat, dass immer wieder Beiträge gesperrt worden sind. Das musste nicht mal irgendwas Schlimmes sein. Man hat einfach gemerkt, okay, langsam möchte Facebook hier wirklich klare Grenzen setzen. Das Ganze hat dann unter anderem auch damit gemündet, dass Seiten, die genau diesen Humor gepostet haben, von Facebook selber so ein Präfix vor den Namen bekommen haben, wo in eckigen Klammern umstrittener Humor drin gestanden hat, damit man quasi direkt wusste, jo, da werden halt sehr komische Sachen gepostet. Zu dem Zeitpunkt hat es dann auch angefangen, dass es halt auch Leute gab, die wirklich Seiten gegen uns gemacht haben. Also es gab wirklich Leute, die eine Facebook-Seite gegen unsere Facebook-Seite gemacht haben und die haben dann immer unsere Postings genommen und gesagt, was daran rassistisch ist, was daran diskriminierend ist, warum das nicht okay ist und dass man das Ganze melden soll. Junge, wie kann man denn das Internet so ernst nehmen? Das Lustige ist, da war übrigens auch der Typ, dieser Geistheiler drin, der mich mal angezeigt hat, dem ich dann 1.000 Euro zahlen musste. Der war da, glaube ich, jemand, der da kommentiert hat oder so. Also ja, danke. Die Seite ist auf jeden Fall super gewesen. Es ist dann halt gekommen, wie es kommen musste. Die Seite wurde dann tatsächlich irgendwann halt einfach gesperrt und ja, wurde dann auch nicht mehr reaktiviert und seitdem haben wir keinen Zugriff mehr zu dieser Facebook-Seite. Was sehr schade ist, denn wie gesagt, hatte die 100.000 Follower, also ist ja grundsätzlich eigentlich ganz cool. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja dann auch angefangen, halt aktiv YouTube zu machen, beziehungsweise hatte zu dem Zeitpunkt halt so 6.000, 7.000, 8.000 Abonnenten. Und auch da habe ich immer mal wieder schwarze Humorwitze mit reingetan. Ich meine, die meisten von euch werden wahrscheinlich auch meine Jockey-Alive-Videos gesehen haben. Also da war ja super viel schwarzer Humor drin zu allen Themen, ne, was weiß ich, Krebs, Religion, Kriege, Terroranschläge, whatever. Und auch das hat eigentlich im Großen und Ganzen zu dieser Zeit eigentlich niemanden gestört. Es gibt sogar einige Videos, wo ich aus Versehen mal das N-Wort gedroppt habe, was auch anscheinend für alle okay gewesen ist. Also jetzt so Meme-mäßig, wenn ich jetzt so Meme-Sprüche abgegeben habe, jetzt nicht einfach so, dass ich das N-Wort gedroppt habe, sondern das hatte schon so einen Sinn, wenn man das so sagen kann. Aber auch das war damals für alle okay. Ich bin zum Beispiel jemand, der gerade super viele alte Runden, nennt man das, vom VBT hört. So 2.11, 2.12, 2.13. Und auch da gibt es extrem viele Rapper, die einfach mal so random das N-Wort gedroppt haben, obwohl die weiß sind. Ich erinnere auch gerne hier an die Runde von Esther gegen Piccolo. Ich glaube, das war das 16.12, meine ich. Da sind auch sehr harte Lines auf jeden Fall gefallen. Aber die Leute haben das damals einfach gefeiert. Keiner hat gesagt, Esther ist aber rassistisch, sondern es war halt einfach ein Battle und es war für die Leute okay. Eine andere Sache möchte ich auch noch sagen. Ich habe ja damals, ja, mir sogar Nutella ins Gesicht geschmiert, um einen Schwarzen zu spielen. Was halt, also ich glaube, noch viel mehr rassistischer kann man im Grunde eigentlich gar nicht sein. Aber auch das wurde damals sogar gefeiert. Also es gab natürlich von außen einzelne kritische Stimmen, die gesagt haben, dass es halt cringe ist. Und ja, es ist schon wirklich sehr cringe, muss man sagen. Aber ein Großteil meiner Zuschauer hat das tatsächlich einfach gefeiert. Und es hat auch keiner hinterfragt gehabt. Dann ist allerdings irgendwas passiert, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Die Gesellschaft hat sich wirklich komplett gewandelt, was halt solche Witze angeht. Während es früher, wie gesagt, überhaupt gar kein Problem war, sowas zu droppen, wird man heute für solche Sachen einfach durchgehend gecancelt, kritisiert und fertig gemacht. Ich meine, ich bin KuchenTV, es gab schon mehrere Shitstorms, genau wegen solchen Witzen, wo halt sich einfach über mich beschwert worden ist. Das Neueste, was passiert ist, das muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Das ist ja mein Instagram-Post, wo ich geschrieben habe, suche Mitfahrgelegenheit in die Ukraine, um quasi mit Nerfguns gegen die Russen zu kämpfen. Und ich meine, jetzt mal Real Talk, jetzt ist der Krieg ja auch schon eine Woche am Laufen, ne. Also so schlecht, wie die russische Armee ist, hätte ich da mit Nerfguns, glaube ich, sogar ziemlich gute Chancen. Was mich aber daran einfach stört, ist halt die Tatsache, dass heutzutage halt jeder irgendwie direkt, wenn man solche Witze postet, irgendwie auch die Leute canceln möchte. Ne, Dekadent und Co. haben ja auch direkt irgendwie Twitch markiert und gesagt, jetzt nimmt dem doch mal die Partnerschaft weg und sperrt den. Was halt einfach mega krank ist, denn vollkommen egal, ob der Joke jetzt gut gesetzt ist oder ob man das selber feiert, ist es halt offensichtlich einfach ein Joke. Und klar, man kann das Ganze kritisieren und kann auch sagen, jo, Bro, das finde ich halt nicht korrekt. Aber dann direkt zu wollen, dass man halt seine wirtschaftliche Stabilität zum Teil verliert, indem man beispielsweise halt kein Twitch-Partner mehr ist oder kein Geld mehr verdient, geht meiner Meinung nach einfach zu weit. Was mich generell auch bei solchen Witzen heutzutage nervt, ist halt einfach die Tatsache, dass halt jeder über alles lachen kann, außer wenn er selber betroffen ist. In meinen Joke-Your-Life-Witzen habe ich auch beispielsweise mit wachsender Reichweite trotzdem noch Witze über den Islam gemacht. Und das sind zum Beispiel dann auch die Folgen gewesen, wo ich gemerkt habe, dass da am meisten Kritik kommt. Teilweise waren das auch Zuschauer, die sonst meine Videos gefeiert haben. Man kann halt so nachgucken, wenn du jetzt auf einen Typen klickst, dann kannst du halt in der App sehen, was der noch alles von dir kommentiert hat. Und da war wirklich mal einer, der bei dem einen Joke-Your-Life davor geschrieben hat, hey, geiles Video, ich feiere deinen Humor weiter so. Und in der nächsten Folge habe ich einen Witz über den Islam drin gehabt und da hat er wirklich so einen langen Kommentar geschrieben, warum das halt beleidigend ist und warum das gar nicht geht. Das zählt natürlich nicht nur für Leute, die jetzt den islamischen Glauben haben, das ist einfach generell bei fast allen heutzutage so. Und das finde ich halt einfach super schade. Denn es ist immer nur so lange schwarzer Humor, wie man selber nicht betroffen ist. Wenn ich jetzt beispielsweise Witze über 9-11 mache oder Kriege in Afrika, über Nordkorea, dass Leute in China verhungern oder so, dann ist es für alle witzig und lustig, weil das Ganze ist weit weg und das interessiert im Grunde niemanden. Aber wenn ich jetzt beispielsweise Witze über den Ukraine-Konflikt mache, dadurch, dass das ja nur wenige hundert Kilometer von Berlin entfernt ist, was auf einmal ganz nah ist, da auf einmal ist für viele Leute dann die Grenze und es ist kein schwarzer Humor. Das verstehe ich halt einfach nicht. Ich persönlich finde das halt einfach mega lächerlich. Denn wie gesagt, man kann ja Witze auch unlustig finden, darum geht es halt nicht. Es geht mir aber einfach darum, dass die Leute immer nur dann irgendwie jemanden cancelsen oder angreifen wollen, wenn sie selber diese Art des Humors nicht feiern oder wenn es laut deren Meinung halt ja zu weit geht. Das Problem hierbei ist aber, wie ich auch schon in vielen anderen Videos gesagt habe, Humor ist einfach subjektiv. Der eine findet das lustig, der andere das. Klar, man kann immer schauen, okay, ist denn eine Pointe vorhanden? Ist das denn irgendwo witzig? Und dann kann man natürlich noch überlegen, okay, muss man vielleicht jetzt explizit so den Witz machen? Ich habe ja beispielsweise mal einen Witz über den Neuseeland-Terroranschlag gepostet und dafür habe ich mich auch entschuldigt und das sehe ich zum Beispiel immer noch so. Denn an sich ist es ein Witz. Es hat eine Pointe, es ist schwarzer Humor. Aber da muss man natürlich sagen, dass man sich hier schon explizit über Tote lustig macht. Bei dem Ukraine-Konflikt ist das jetzt nicht der Fall. Und ja, Witze über Tod ist beim schwarzen Humor halt auch drin. Aber das ist natürlich emotional noch ein sehr, sehr hohes Thema, gerade für diese Leute. Auch gerade, weil dieser Anschlag halt wirklich schlimm gewesen ist. Also, der hat das ja gelistreamt. Ich habe davon einiges gesehen. Also, will man auf jeden Fall nicht drin sein. Was ich daran vor allem schade finde, ist halt nicht nur die Tatsache, dass Leute halt aufhören zu lachen, sobald es auch mal über sie selber geht oder über Dinge, die sie vielleicht im entferntesten Sinne mit betreffen, wie jetzt zum Beispiel den Ukraine-Konflikt, da wir durch die Sanktionen ja auch irgendwo mit betroffen sind, die wir halt gestartet haben. Sondern halt vor allem, dass sobald man etwas nicht lustig findet, man halt sofort möchte, dass die Person gecancelt wird und aus dem Internet verschwindet. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Stell dir mal vor, jemand postet etwas, was du nicht magst. Und aufgrund dessen darf der nie wieder was im Internet posten. Und das ist ja wirklich eine Meinung, die einige Leute haben. Und das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Ich persönlich finde es einfach sehr, sehr traurig, wie sich die Gesellschaft gerade in dem Blick halt gewandelt hat. Denn dass man grundsätzlich ein bisschen offener ist für Diskriminierung, Rassismus und dass man vielleicht auch generell ein bisschen kritischer auf einige Sachen guckt und auch auf Postings der schwarzen Humors, ist ja auch absolut in Ordnung und legitim. Aber dass heutzutage wirklich einfach jeder rumholt, wenn man mal irgendwas postet, was so ein bisschen offensive ist oder ein bisschen umstritten, verstehe ich halt einfach nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe mir zum Beispiel letztens mal wieder den Song 11. September von Julien's Blog angehört. Also den ganz alten, den ersten von 2.12 oder wann das gewesen ist. Bro, die Lines waren so hart. Also wenn du das heute droppen würdest, würdest du dafür wirklich einfach gehatet werden. Aber damals war das komplett normal. Also es hat sich keiner beschwert, es war alles komplett in Ordnung. Und ich sage jetzt nicht, dass man diesen Song feiern muss oder dass man das jetzt unkritisiert halt so stehen lassen sollte. Aber ich finde trotzdem, wie es heutzutage aufgefasst wird, einfach alles viel zu übertrieben. Und ich persönlich muss auch sagen, dass ich darauf halt langsam keinen Bock mehr habe. An sich sind mir diese Shitstorms halt wirklich komplett egal, weil es hat sowieso keine wirklichen Auswirkungen. Also ich habe jetzt ein Video dazu gedroppt, die Leute feiern das. Und an sich ist das immer guter Content, den man mitnehmen kann. Auch auf KuchenTV Uncard ist das Video super angekommen. Und hier hoffe ich einfach mal auch, dass wir 10.000 Aufrufe mit dem Video machen. Aber trotzdem hat man natürlich irgendwann keine Lust mehr, sich immer wieder mit sowas beschäftigen zu müssen. Einfach nur, weil man vielleicht einen Humor hat, den vielleicht einige Teile der Gesellschaft einfach nicht teilen. Das ist ja auch genau das, was ABK quasi den YouTubern immer vorwirft, dass man einfach halt nicht real ist außen hin. Das Problem ist, wenn man zum Beispiel real ist, und ich weiß, dass viele YouTuber, die ich privat kenne, genau diesen Humor, was ich da gepostet habe, extrem feiern. Das Problem ist, man kann das halt einfach nicht öffentlich machen, weil man halt dafür direkt kritisiert wird. Dadurch passiert es dann allerdings zusätzlich noch, dass die Gesellschaft quasi immer verweichlichter wird. Denn du kommst mit sowas einfach generell nicht mehr in Kontakt. Also dieser Humor und diese Witze existieren einfach quasi nicht. Wenn dann natürlich mal jemand tatsächlich traut, sich sowas zu posten, dann gibt das natürlich direkt einen viel, viel härteren Shitstorm. Denn die Gesellschaft ist gar nicht mehr, ja, die weiß gar nicht mehr, dass sowas halt existiert. Für die ist das in dem Sinne dann was komplett Besonderes. Hey, da kann ich die YouTuber halt schon komplett verstehen, dass die halt sowas nicht posten. Denn gerade auch in Bezug zu Business-Sachen, also dass du jetzt zum Beispiel Werbepartner bekommst oder whatever, kann dir das natürlich schon das Genick brechen, wenn du halt die ganze Zeit solche Sachen postest. Gar keine Frage. Was kann ich abschließend dazu sagen? Naja, keine Ahnung. Ich denke mal, ich werde mich wahrscheinlich, was diesen Humor angeht, ein bisschen zurückhalten, weil es ist halt einfach nervig so. Es ist nicht so, dass ich dadurch jetzt einen Schaden habe oder whatever, aber es ist halt einfach wirklich nervig. Ich werde solche Witze halt in Zukunft einfach privat machen und halt mit mir und meinen Freunden halt darüber lachen oder ich erzähle mir die Witze im Spiegel oder so und dann ist das halt in Ordnung. Natürlich werde ich trotzdem immer nochmal kleinere Witze posten, aber gerade so Dinge, wo ich mir so denke, ey, wenn ich das jetzt droppe, dann kommt wieder Gertrud, 50 Jahre, die sich darüber beschwert. Ja, Bro, irgendwann ist man auch einfach zu alt, sich alle paar Wochen irgendwie damit auseinanderzusetzen. Ist persönlich halt sehr, sehr schade. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye.